Hallo meine Freunde, ich bin es mal wieder, der dicke Nerd aus der Nachbarschaft und heute ist Sonntag und Sonntag heißt, wir werden die aktuelle Folge von Marvel's WandaVision besprechen. Und dazu habe ich mir einige Notizen gemacht, denn diese Folge hat etliche Fragen aufgeklärt, aber auch wieder sehr sehr viele Fragen aufgeworfen. Ja, ich denke wir starten am besten mal rein, ohne lang zu schnacken. Aber auch diesmal möchte ich euch vorher eine kleine Spoilerwarnung geben, da wir die komplette Folge besprechen werden, kommt es zu etlichen Spoilern dieser Folge und zu Spoilern im Marvel Cinematic Universe. Also falls ihr noch nicht so weit seid oder falls ihr die Filme noch nicht geguckt habt, muss ich euch leider raten, schaltet ab oder lauft Gefahr gespoilert zu werden. Die Folge beginnt mit dem Blip, also für alle die es nicht wissen, ist der Blip wird als das Fingerschnipsen von Thanos bezeichnet, als das Fingerschnipsen von Hulk, der alle wieder zurückgebracht hat, oder als das Fingerschnipsen von Iron Man, der sich geopfert hat, um die Welt zu retten. Wir werden in eine Zeit direkt nach Hulks Fingerschnipsen geworfen. Wir sehen wie Geraldine in die Realität zurückkehrt. Wir sehen auch zum ersten Mal detailliert, wie es aussieht, wenn man vom Schnipsen zurückkehrt. In Spider-Man Far From Home sah man nur, dass sich die Menschen auf einmal wieder da waren, wo sie zuletzt gesehen wurden. So plopp, einfach da. Aber jetzt sieht man, dass sozusagen zurückgespult wird. Während man in Infinity War sah, wie sich die Menschen in Fetzen auflösten, sieht man es jetzt so, als ob sich die Fetzen, die man vorher war, wieder zusammensetzen würden. Des Weiteren erfahren wir mehr über die Organisationsward. Die ist wie in den Comics auf Bedrohungen von außerhalb der Erde eingestellt. Wir erfahren, dass Maria Rambeau, bekannt aus Captain Marvel, SWORD mit aufgebaut hat. Und sie starb in den fünf Jahren, in dem ihre Tochter während des Blips verschwunden ist. Für alle, die es noch nicht wissen, die Tochter war Monica Rambeau. Also Geraldine in Wanda's Vision sozusagen. SWORD ist damit das neue SHIELD. Auch bekommen wir nun einen genaueren Blick auf Westview, die Stadt, in der sich Wanda befindet. Wenn man aus der Realität drauf sieht und mit zwei Polizeibeamten spricht, kommt der eigenartliche Fall, dass Westview gar nicht existiert. Und nein, Leute, es ist nicht Bielefeld. Nur mal so viel. Westview existiert nicht, dafür existiert Eastview. Was soll ich da großartig zu sagen? Also es ist ein riesen Mysterium. Um Westview ist auch eine riesige, ich sag mal Kuppel aus einem Energiefeld gespannt. Und man kann in die Welt eindringen, aber man verändert sich in der Welt. Man passt sich den Gegebenheiten der damaligen Welt an. Aber dazu komme ich gleich noch mal ein bisschen genauer. Agent Wu vom FBI, bekannt aus Ant-Man and the West, fordert Monica Rambeau an, um mit ihr den Fall zu erklären, warum einer der Kronzeugen vom FBI verschwunden ist. Agent Wu hatte auch das Telefonbuch der Stadt sozusagen durchtelefoniert, aber er hat einfach niemanden erreicht. Also, das ist alles schon sehr, sehr mysteriös, sag ich mal. Außerdem erleben wir einen weiteren Gastauftritt in dieser Folge. Ein Gastauftritt von einem MCU-Charakter, Dr. Darcy Lewis aus den Thor-Filmen. Sie war da die Assistentin von Jane Forster, gespielt von Natalie Portman. Und jetzt wird sie als Expertin herangezogen. Sie ist es auch, die entdeckt, dass das nicht nur ein Strahlungsfeld ist, sondern dass dieses Strahlungsfeld auch Radiowellen ausstrahlt und fordert einen alten, richtig alten TV an, um zu sehen, ob sie irgendwas sehen kann. Ob die Radiowellen irgendwas darstellen können. Wurde auch ein weiteres Geheimnis gelöst, denn in der ersten Folge am Ende sahen wir jemanden am Ende vor einem TV sitzen, der sich Notizen gemacht hat. Dies war das. Also, wie ihr merkt, wir sind hier in einer Folge, die die ersten drei Folgen umfasst, aber aus der Sicht der Realität. Weil draußen weiß niemand, was da vor sich geht. Und sie waren alle überrascht, als sie gesehen haben, dass Wanda dafür verantwortlich ist und dass Vision lebt. Und alle wissen natürlich, dass Vision eigentlich tot sein sollte. Und daher fragen die sich, ob er jetzt wieder lebt, ob es Wanda irgendwie geschafft hat, ihn zu reanimieren. Ob Wanda da gefangen ist oder was weiß ich nicht alles. Und ja, gehen wir einfach ein bisschen weiter. Ein weiteres Easter Egg innerhalb dieser Serie ist der Sword-Hubschrauber, den wir in Folge 2 sehen, der abgestürzt ist, in diese Hecke reingestürzt ist. Außerhalb der Blase von Wanda war es eine hochentwickelte Sword-Drohne, während es sich in Wanda's Vision in einen Spielzeug-Kubschrauber verwandelt hat. Und das deutet darauf hin, dass sie keinen Kontakt zu was Gefährlichem haben möchte. Der Imker, den wir auch in der zweiten Folge gesehen haben, der ist durch die Kanalisation in die Welt von Wanda eingedrungen. Und er hatte vorher einen, ja, ich sag mal, Strahlungsschutzanzug an. Und erst als er in die Welt von Wanda reingegangen ist, wurde er zu etwas Ungefährlichem wie einem Imk. Dann gibt es diese, ich sag mal, Whiteboard, wo Polizisten und Ermittler immer ihre Fortschritte dran pinnen. Und da sieht man, der spielt in der Serie, also Vision von Wanda mit, als dieser Charakter und so weiter. Und dann wurde da immer ein Personalausweis mit drangehangen und sowas. Einzig bei einem Charakter wurde der Personalausweis nicht drangehangen. Bei Agnes. Deswegen stellt sich die Frage, wer ist Agnes? Denn während bei allen anderen in der Sitcom von Wanda, ähm, wie gesagt, diese Ausweise zugeordnet werden konnten, ist es bei Agnes nicht möglich. Ist sie also vielleicht doch Agatha? Und ist es vielleicht deswegen nicht möglich, sie zuzuordnen? Ich hoffe, wir werden es bald erfahren. Was auch immer wieder auffällt, ist, dass sich durch die Serie das Symbol eines Hexagon immer wieder durchzieht. Es taucht einfach immer wieder auf. Und auch das Strahlungsfeld um Wanda's Vision hat diese Form eines Hexagons. Und auch Agent Wu schreibt es an seinem Whiteboard, dass es ein Hexagon ist und warum es immer ein Hexagon ist. Denn falls ihr es vergessen habt, auf der Krawatte von Vision in der ersten Folge oder in der zweiten Folge war ein Hexagon zu sehen. Auf der, ähm, in dem Intro von der dritten Folge waren Hexagone zu sehen. Das muss doch eine tiefere Bedeutung haben. Relevant ist vielleicht dabei, auch die Firma AIM, bekannt aus den Comics und dem neuesten Videospiel Marvel's Avengers, hat diese Form als Logo. AIM war mal eine Organisation von Hydra und wurde von Baron von Strucker gegründet. Wir sehen in der Serie immer wieder irgendwas von Hydra. Und dann die Hexagone und wir sehen von Struckers Uhr oder von Hydras Seife. Das hängt zusammen. Das hat irgendeinen Grund. Ich weiß nur noch nicht, was für einen Grund es hat, aber es hat einen Grund. Aber die meiner Meinung nach wichtigste Szene in dieser Folge ist die Szene, in der wir nochmal in Folge 3 springen. Zu dem Punkt, kurz bevor Monica aus Wanda's Vision rausgeschleudert. Denn kurz zur Erinnerung. Geraldine, aka Monica Rambeau, spricht Wanda auf den Tod ihres Zwillings Pietro an. Monica war zu diesem Zeitpunkt circa einen Tag in der Welt und beschloss offenbar undercover zu arbeiten. Wanda, die keinen Einfluss von außerhalb zuließ, konfrontierte Monica, woher sie denn von Pietro wiss. Denn niemand könne wissen, dass Pietro von Ultron getötet wurde, weil Ultron in dieser Welt nicht existierte, die sich Wanda geschaffen hat. Nachdem Monica ihr keine befriedigende Antwort liefern konnte, schmiss Wanda sie aus ihrer Welt sozusagen raus. Als nächstes erscheint der tote Vision und spricht zu Wanda. Nach einer kurzen Zeit der Realisierung wird einmal mehr als deutlich, dass Wanda hier die volle Kontrolle hat. Denn sie schafft es, über das Schreckbild von Vision hinweg zu sehen. Und kurz darauf sieht man die beiden glücklich als Eltern auf der Couch sitzen und sich umarmend eine TV-Sendung anschauen. Also es ist mehr als deutlich, dass Wanda diese Kontrolle über diese Welt hat. Ja meine Freunde, jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von der aktuellen Folge Wanda Vision? Also ganz ehrlich, sie hat stilistisch ordentlich aufgefahren. Also für eine Serie sieht sie unfassbar gut aus, diese Folge. Es hat so ein bisschen Akte X-Flair, wenn man da so die Scheinwerfer sieht und die Situation, dass niemand weiß, was vor sich geht. Dieses Unbekannte da draußen, niemand weiß, was in Wanda's Vision vorgeht. Und dementsprechend für mich eine sehr gute Folge, die uns endlich mal zeigt, was draußen abgeht und was die Menschen draußen denken, während Wanda ihre eigene Vision kreiert. Ja wie gesagt, diese Folge hat gleich viele Fragen aufgeworfen, wie sie wieder beantwortet hat. Ich bin gespannt, wie es diesen Freitag weitergeht und ja, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr die Folge gefunden habt, was ihr über die Folge denkt und welche Easter Eggs ich vergessen haben könnte, welche Anspielungen ich vergessen haben könnte. Ja und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, euer dicker Nerd aus der Nachbarschaft. Bis bald.